Liebe Tante Frieda, heute möchte ich dir von einer Reise berichten, die ich kürzlich unternommen habe. Am 1. Novemberwochenende war ich im Norden Brandenburgs in der Prignitz. Dort fuhren bei der Museumsbahn zwischen Mesendorf und Lindenberg Dampfzüge, die ich mit der Kamera einfangen wollte. Am Sonnabend schien die Sonne bei nahezu wolkenlosem Himmel. Ich begab mich nach Klenzenhof und wanderte ein Stück an der Strecke entlang, auf der Suche nach herbstlich goldenen Bäumen. So richtig golden waren die aber alle nicht. Und beim Einstellen des Stativs habe ich dann auch noch in eine Brennnessel gegriffen. Anschließend machte ich mich auf nach Lindenberg, um den Zug dort am Teich zu erwarten. Der Teich war allerdings inzwischen trocken gefallen. Dann bin ich noch ein bisschen glänzend. Biosen 2. Novemberwochenende 40 mm arn Nach einiger Zeit fuhr der Zug dann zurück. Ich erwartete ihn am Lindenberger Kirchturmblick. Sollte ich hier etwa ein bisher unbekanntes Motiv entdeckt haben? In der Mittagszeit steht die Sonne fast überall ungünstig. Ich versuchte mein Glück einfach mal in Glänzenhof. In Mesendorf stand eine Diesellok recht malerisch vor den Güterwagen, die am Vortag noch mit einem Fotozug unterwegs waren. Die Züge waren an diesem Wochenende gut gefüllt. Die Sonne hatte die Leute wohl hinter dem warmen Ofen vorgelockt. Das die Fotografen sich stets bemühen, auch noch den letzten störenden Zweig aus ihrem Motiv zu entfernen. Nehme ich eher mit Erheiterung zur Kenntnis. Wie hätte es wohl mit dem kleinen Zweiglein ausgesehen? Auch ein Preis. Das ist wichtig, sich deswegen und wenn Sie da ganz bewusst reden. Ein Stück schöp 38 jährlich dienten Zweig alle irgendwo ab und ömtern mal in die Schritte. Ich möchte ganz wichtig, dass wir eine deadly gegen die Helden schärfen und anfangen, werden noch ein paar Kon eliminiert. Das wurde mein Betracht Does? Mein Betrachtbrosor, und wir haben Precis. Auch ein durchgeknallter Zweiradler, der am Tüchener Weg unbedingt kurz vor Durchfahrt des Zuges über den Ackerbrettern musste, konnte mich nicht übermäßig aus der Ruhe bringen. Ein kurzer Blick noch in den Führerstand der Lok, dann musste ich mich auch schon auf den Weg nach Klenzenhof machen, wo inzwischen die Sonne optimal die schöne Birke anstrahlte. Musik 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 Als der Zug in Lindenberg eintraf, stand die Sonne schon mächtig tief und tauchte alles in ein gelblich-rotes Licht. Musik 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 Am Sonntagmorgen wurde zunächst die Lok geputzt und die Kartoffelladung aus dem Waggon gebaut. Musik Für mich ging es direkt nach Bröntendorf, wo man um diese Zeit schon ein munteres Spiel von Licht und Schatten vorfindet. Musik 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 Auf den Spinnenfäden lag stellenweise noch der Tau. Musik Musik Ganz mutig platzierte ich auch eine zweite Kamera zwischen den Gleisen, über die der Zug nun rollen würde. Musik 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 Wunderschön und fast frühlingshaft präsentierten sich die Felder vor Lindenberg, wo ich dann den Zug bei der Vorbeifahrt am fahrtzeigenden Signal beobachtete. Untertitelung des ZDF, 2020 Viel los war auf dem Bahnsteig, da die meisten Fahrgäste die 50 Minuten Aufenthalt genutzt haben, um das Kleinbahnmuseum zu besuchen. Am Haltepunkt Vertin traf ich Frau Witte, die Pollomusikantin. Seit vielen Jahren schon unterhält sie die Menschen im Zug mit ihrem Gesang und ihrem Akkordeonspiel. Soll ich es in die Wand. Soll ich das, die ich auch nicht so lange habe, da die Menschen in der Strecke ist. Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Das war's. Dann wurde es höchste Zeit, endlich auch mal wieder mitzufahren. Untertitelung des ZDF, 2020 In Klenzenhof verabschiedete ich mich dann für dieses Jahr vom Polo. Auf Wiedersehen!